willkommen zurück zu anno 1800 im letzten part haben wir uns um diese insel so ein bisschen gekümmert der hat ja auch nicht genug brot und so und jetzt haben wir noch ölhafen drauf gebaut und bauen hier öl ab um unsere fabriken hier mit strom zu versorgen das haben wir ja im letzten part gerade fertig gehabt wollte jetzt nur noch gucken ob wir auch alles haben und ich sehe gerade haben wir nicht wir haben nämlich die wurstfabrik vergessen die aber nicht noch gar nicht gebaut so mal gucken wo wir die jetzt hinstellen hier passt perfekt hin das sind wahrscheinlich ähnlich genug deswegen mache ich hier die andere seite auch noch ich finde ja gut dass dieser ob kann ich nicht hoch machen ich bin noch ziele steine ich finde es ja gut dass die hier so eine schöne reichweite haben man kriegt das schon echt viele fabriken unter bin ja gespannt ob das jetzt so langsam ausreicht die fangen jetzt an hier schnapps haben auf jeden fall genug also mehr davon brauchen wir gar nicht aufbauen erst mal hier das scheint noch ein bisschen wenig zu sein wollen wir noch mal zwei auf ob jetzt davon noch genug ist weil wir haben ja jetzt alle 200 prozent statt 100 das ist mal ganz gut wo es geht auf jeden fall jetzt hoch anscheinend aber die arbeitskleidung immer noch nicht und dann ist es dann noch mal welche hoch machen müssen aber wir hatten vorher auch sehr viele von denen und da hatten wir ja noch kein strom jetzt einfach mal alle hoch dann brauchen wir bestimmt auch noch mehr von diesen wolf haben oder wie die heißen oder baumwoll plantagen wo haben wir den hin gemacht nach hier schäferei ne da möchte ich sie eigentlich nicht haben ich glaube wir machen hier unten hin oder obwohl hier kann man die auch gut hin machen ich glaube da passen die noch hin obwohl warte mal wir können das ja ein bisschen hier hinrücken noch ich glaube dann passt das hier nämlich besser ja so das machen wir dahin wir brauchen ziegelsteine wohnen wir nehmen das hier haben wir hier welche da haben wir mehr drauf dann holen wir uns mal hier eben ein paar ziegelsteine noch damit wir da genug haben das ist ja nicht mehr so lange warten müssen machen wir hier eben jetzt die felder hin schönen tag auch die waren stapeln sich hier so ich glaube die machen wir lieber hier mehr in der mitte ist glaube ich besser da müssen sie nicht hier unten so weit Wurst geht hoch Arbeitskleidung geht jetzt auch hoch aber das hier geht halt jetzt massiv runter aber wenn wir jetzt gerade noch mehr davon gebaut das ging aber schnell die beiden sind ja hier leer die können wir nach Kapschlorny wieder schicken okay die sind noch beide relativ voll ne so okay das ist auch dann können wir das noch nach Kapschlorny schicken so wie viele Einfuhren haben wir hier drauf 10.000 können wir auf jeden fall noch einiges noch erweitern hier die Stadt noch mal drüber schauen ist eine gute Stadt die sich auch so ein bisschen selbst versorgt ne wir sollten die aber auf jeden fall mit Türmen hier beschützen falls noch mal Krieg ausbricht nicht dass wir die nachher verlieren aber wo war denn das das war hier glaube ich ne auch nicht hier war das da brauchen wir Kanonen auf dieser Insel die haben wir jetzt nicht da was wollte ich denn jetzt machen genau ich hätte doch ach so habe ich schon drauf gemacht genau ich wollte das hier nämlich hoch machen wie sieht es hier aus aber ich glaube jetzt haben sie wieder alles ne was wir vorher auch hatten ein besonders lukrativer auftrag ach wir haben den aufgabe vergessen ne ach scheiße da haben wir die ja jetzt gar nicht erledigt das ist ja blöd scheiße ich wollte das unbedingt haben ich habe es völlig vergessen weil man so im im aufbau war schmuggelaufgabe natürlich auf einer anderen karte der neuen welt bestimmt oder ne auch nicht wir konnten einfach nicht auch schon auch nicht auch nicht das heißt die Arctis nö auch nicht hä oder habe ich jetzt ach oder habe ich nein gedrückt ich glaube es ist schon zu spät für mich das bringt jetzt ganz schön viel ne ich sehe immer wieder die gleichen gesichter also hier capture will ich auch noch um einiges ausbauen ich glaube das werden wir im nächsten part machen dass wir hier schön weit bauen kümmern wir uns erstmal um diese denn soll hier brauchen wir keine fans dafür das ist gut wenn hier auf jeden fall noch ein bisschen ausbauen schon haben wir kein holz mehr okay hier steigt jetzt stark an weil wir ja investoren ach so das ist hier wieder kaputt ja ich glaube wir haben nur da investoren die haben wahrscheinlich die fälle nicht mehr müssen wir uns auch noch darum kümmern dass wir die produktion da schön erhöhen die feuerlichkeiten sind beendet und hier war das nicht aber das hier ja hier war das ist halt einfach zu wenig ne für so ne ach hier sind da auch noch welche felder ach du scheiße ist halt so gut wie voll diese insel das ist das problem okay dann müssen wir uns echt noch eine zweite schnappen uns gehört hier schon ein paar ich würde sagen das machen wir dann in der nächsten im nächsten part oder dass wir hier noch mehr von der wolle von der baumwolle herstellen dass wir hier die fälle wieder haben weil das nervt mich total dass das immer hier hoch und runter geht ich glaube dass das nämlich daran liegt ne ach hier ne da haben wir mehr als genug was waren das dann dass das immer so runter geht oder die schiffe sind halt jetzt gerade nah angekommen das kann natürlich auch sein aber das ist ja komisch weil das ist ja total voll steht auch dem zu und aber auf dieser insel scheint es irgendwas zu geben was das verursacht bier das scheint das bier und hier fahrräder haben wir auch nicht genug wo stellen wir die denn her die fahrräder wo steht das da das sind ja auch nur zwei stück das kein wunder dass das dann zu wenig ist was brauchen wir dafür bei meinem pech haben wir irgendwas davon nicht doch und eisen haben wir anscheinend alles da reisen müsste theoretisch 1 ausreichen dass wir jetzt mehr haben mal hier unten dampf waren ist ja auch mal cool das herzustellen aber guckt euch das mal an das wird anstrengend das zu erfüllen ich weiß nicht ob wir das schaffen vielleicht hätten wir doch eine ganz kleine insel nehmen sollen wo wir hier diese diese investoren drauf haben wo gar nicht so viele existieren weil was mir auch schon aufgefallen ist ist das problem in anno 1800 ist das zum beispiel in anno 20 70 und so war das waren diese hier viel besser die brauchen hier viel zu lange und du kannst ich kann zwar hier auch noch welche hinstellen aber dann würden die immer so hinfahren so kuddelmull das hatte ich nämlich auch schon das ist total blöd da geht mehr zeit verloren indem sie dann hin und her fahren nur um das abzuliefern ist total blöd vorher haben sie dann haben sie einfach automatisch dann sind sie dahin gefahren was näher dran ist ne das war halt irgendwie besser oder was auch cool war man konnte ja sogar bei der handelsroute einstellen welchen hafen das landen sollen ne ich hoffe dass da irgendwie noch was kommt dass das beheben weil es ist nämlich jetzt wie es ist echt blöd alles anhalten zumindest haben wir genug oder ja sonst haben sie ja oh oh seht ihr das sie haben nicht genug schnapps wir brauchen ja kartoffeln 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 wo stellen wir die denn her ach ich glaube da war es hier wir brauchen mehr Kartoffeln und da machen wir ach das ist scheiße das ist einem zu wenig gewesen so so Felder so so hm hm die menschen lassen sie hoch leben ich versuche gerade so dass das perfekt gerade ist ach scheiße das wird da oben gar nicht so einfach dann haben wir jetzt hier halt ne lücke auch nicht besser naja hier kommt wahrscheinlich eh noch mehr hin das ist doch nicht ganz so schlimm hier machen wir auch noch einen hin und hier machen wir auch noch mal einen hin weil wir brauchen sicherlich noch mehr davon wie ist das mit der handelsroute hier wie viele schiffe haben wir da vier stück ok die würde ich eigentlich gerne austauschen gegen dampfschiffe aber die sind halt ziemlich teuer wir bauen einfach jetzt mal ein paar hier haben wird angegriffen oh oh die sind schon wieder da die menschen lassen sie hoch leben von da kommen sie und besiegt die alte karte die wollte ich nämlich auch wieder hier unten hinstellen weil die kommt bestimmt nämlich auch bald wieder so wie sieht es auf dieser hier machen wir auf jeden fall umsatz das ist schon mal schön und wir haben auch alles da das ist auch gut dann können wir hier eigentlich die stadt anfangen größern bisschen aufsteigen lassen die flammen wurden gelöscht bisschen den umsatz hier ankurbeln auf dieser insel der ist jetzt auch leer haben wir hier noch holz jo können wir ja noch mehr häuser bauen ne machen wir jetzt mal ein bisschen anders statt immer gleich so und hä was ist denn da jetzt los die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an und hier würden wir dann auch nochmal lang gehen so die brauchen ok die brauchen keinen marktplatz mehr da oben da unten auch nicht die haben alles außer die hier hinten die haben noch nicht alles was ist denn mit Feuerwehr und sowas brauchen wir hier hinten auf jeden fall noch eine hier auch noch da unten ist glaube ich da noch und warte mal hier muss weg hin dann ist es da unten nämlich auch besser abgedeckt so ich denke das reicht jetzt erstmal das ist hier wieder ganz blöd der fisch reicht auch noch aus entscheidende dabei haben wir gar nicht so viele acht stück könnte sein dass das den nächst weniger wird das ist dann nicht mehr genug genug ist dann gucken wir mal capture wenig kartoffeln da hatten wir jetzt noch mehr gepflanzt das reicht wahrscheinlich immer noch nicht ne ich denke dass wir hier die hier nehmen müssen die können einfach mehr aber ist das denn hier auch immer so voll ne eigentlich nicht im zweiten anlegeplatz könnten wir hier gut gebrauchen könnte man hier hin machen machen wir mal zwei stück hin fenster brauchen wir dafür die holen wir uns jetzt noch eben dann mach ich ganz voll so jetzt haben wir ja schon bei einigen inseln ein bisschen was ausgebessert das war noch nicht alles hundertprozentig da war jetzt immer noch ein bisschen so rumzickt das den umsatz das ist ja immer noch nicht so stabil aber es liegt auch an den sachen halten die man weiter weg her bekommt da muss ich auch die produktion viel erhöhen das haben wir ja bisher immer so ein bisschen vernachlässigt ne so baumwollplantagen und sowas das haben wir jetzt noch nicht in der neuen welt so großartig genug angebaut wir bauen jetzt einfach beide an oder beide auf dann läuft das nämlich ein bisschen schneller schiff unter beschuss schiff unter beschuss nein schiff wurde zerstört hä wo denn ach von der piratin da bist du wieder da haha schiff unter beschuss wow guckt euch das mal an ey schiff unter beschuss schiff unter beschuss vier stück machen wir noch eins hin ich glaube bier war da auch gar nicht genug ne hatten wir ja nicht genug bier ich glaube das war zu wenig bier ne obwohl 143 das einschränkens ordentlich ne irgendwo hatten wir nicht genug bier war das hier wo waren das ach da 0 ich glaube hier stellen wir gar kein bier her kann das sein oder kriegen wir das hier gar nicht geliefert ist halt die handelsroute vielleicht kaputt wahrscheinlich genug schiffe könnte auch sein dass die felder hier gar nicht mehr ausreichen ne jetzt machen wir noch so ein paar dahin wo es sind gar nicht so viele felder ich hätte ich gedacht das sind viel mehr die man da bauen muss einige felder könnten helfen schönen tag auf dann haben wir jetzt sechs fahnen mehr gebaut müsste jetzt eigentlich ausreichen ne planta hopfen farm so kann man das hier noch hoch machen ja und straße haben die hier alles nö die haben nicht genug wurst die tun mir auch hier leid auf dieser insel die sind eigentlich nur dazu da um das hier herzustellen ne und um auf dieser insel plus zu haben hatte ich die hier nur gebaut ach brot können wir leider hier nicht herstellen scheiße na ich könnte ja wenigstens seife noch dazu machen dass sie wenigstens noch seife bekommen so gucken hier die feierlichkeiten sind beendet die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert kriegen wir hier irgendwie holz oder so her ach hier unten ob das jetzt überhaupt ein schwein reicht ich glaube nicht ne das ist aber auch blöd gebaut irgendwie sind hier überall lücken war sowohl alles so ein bisschen provisorisch gebaut ich bin zuversichtlich dass wir es jetzt haben darum brauchen sie eigentlich auch noch eine okay jetzt haben wir kaum noch umsatz drauf hat mich schon wieder ein bisschen nervt aber die stadt ist auch nicht so gut gebaut glaube ich ne ich glaube ich hätte ich eher hier unten hin bauen sollen naja jetzt können wir ja noch ändern vielleicht nächsten paar oder so kommen ja noch einige parts kann man dann noch einiges ändern so das müsste jetzt ausreichen aber fleisch hier also schwein habe ich auf jeden fall nicht genug glaube ich auch nicht so und dann machen wir hier noch ein bisschen und dann machen wir hier noch ein bisschen so 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 also diese insel ist echt beschissen dran also ich denke mal dass wir hier auf jeden fall noch mal die stadt ändern werden das war jetzt nicht in diesem part wahrscheinlich im nächsten part auch nicht aber dass wir das ja auf jeden fall besser machen dass wir uns hier auch auf dieser insel mehr mühe geben wir hatten ja eigentlich wollte bier vollkriegen dann insel deswegen habe ich das dann habe ich hier nicht unbedingt schön gebaut jetzt noch eben hier das hier im plus zu kriegen und dann das lager ist es könnte natürlich nachher wieder zu wenig sein ich glaube diese stadt ist jetzt in ordnung erst mal die haben jetzt alles wieder brot haben sie jetzt leider nicht da muss ich mir dann irgendwie das einfallen lassen das ist von einer anderen insel rüber bringe so war ich auch noch nicht weiß ob diese stadt überhaupt bleibt vielleicht nutze ich diese insel hier auch einfach nur um sachen herzustellen und dann machen wir die stadt hier drauf oder so obwohl dies auch blöd für eine stadt ist so länglich so ich mag ja solche inseln nicht unbedingt so gern das ist von großer bedeutung für königin und vaterland ich glaube hier hier könnte man theoretisch eine kleine stadt drauf bauen aber viele sind halt auch echt doof geschnitten kriegen wir jetzt in diesem part leider nicht mehr das müssen wir uns dann merken dieser part ist jetzt leider vorbei leute ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal in anno 1800 tschüss